So, dafür haben wir jetzt aber auch Fraktionspunkte gekriegt, die wir dann irgendwo bei so einem Laden eintauschen können. Ja. Aber dafür müssen wir das Ding noch ein paar Mal machen hier. Aber hier sind noch ein paar Gegner. Echt? Ja. Weil die nicht? Doch. Haben wir die noch weg können? Können wir machen, aber ich glaube, die kommen immer, immer wieder. Ach so, naja, gut, dann lass uns hier aus dem Lager raus. Ja. Weil die Mission ist ja hier abgeschlossen. Ladeinformationen, warte mal. Lade hier Information. Oh, steht direkt neben dir. Ja, er sieht mich nicht. Lol. Und da. Schieß. So, äh, sind noch Granaten? Ladeinformationen von der Datenspeicher der Raiders da runter. Ist es hier im Vorloch? Nee. Schieß hinterher immer noch, hoffentlich. Da war noch ein Raider gerade hinter dir. Alter. Ich habe ihn gerade ausgemerzt. So, äh. Ja, wir müssen jetzt. Ach ja. Wir müssen jetzt dahin, wo du das gerne magst. Okay. Aufsteigen. Dann folge er mir. Das sind, äh, 1,3 Kilometer. Äh, nö. Äh, das ist da, wo wir meinerweise schon mit unseren Hauptschar waren letztens. Okay. In diese komische Festung. Verstehst du? Wo der, äh, der riesen Fette da kommt. Echt? Ja. Nein. Doch, wo müssen wir jetzt hin? Nein. Ohne Wenn und Aber und ohne Verluste. Schießt Nordicke, guck mal, hier ist seine Karawane. Er fährt schon wieder alle drum. Nächster Rang erreicht. Ah, cool. Au, verdammt. Bleibt er? Ich bin hinter dir. Okay. Ich sehe dich aber nicht. Doch, doch, ich bin hinter dir. Keine Angst. Okay. Sehr schön. Multi-Pass. Auf in den Kampf, Torero. Uuuuh. Alter, dein Ding ist doch schon schnell. Sonneblendet ganz schön. Echt? Ja. Was ist mit meinem Ding? Dein Ding ist ganz schön schnell, Alter. Ich komme da gar nicht hinterher, ey. Noch nicht mal mit meinem, äh, Boost, ey. So. Weckes Fletch. Cool, ich habe einen Bugüberfall. Alter. Wow. Wow. Weg hier. Aua. Hilfe. Ab und zwar. Sag mal, hier ist Munitionsküste. Äh. Okay. Hast du hier was zu stehen? Ja. Munitionsküste, du nicht? Achso, ja, eine Munitionsküste, aber... Was denn? Aber keine Mission. Also, die ist ein bisschen bei der... Ja, die ist doch da vorne neben vor, wenn du hier so geradeaus rüber guckst. Oh, du scheiße, ein Monarch. Ja, deswegen habe ich ja erst mal angehalten. So, auf jeden Fall muss ich auch meinen Angriffskarabiner wechseln. Äh. Habe ich eigentlich irgendwas von? Ne, doch nicht. Auf jeden Fall kann ich wieder aufspalten. So, warte mal, Druck, Druck, Gewehr. Gashima, der siebten Legion habe ich gekriegt. Granatenwerfer. Langschusskanone. Ähm. Okay, ich werde erst mal ganz kurz wieder was aufspalten. Was aufspalten. Was denn? Ach, ja, drehe ich bloß nicht um. Ich bin noch im Menü drin. Ach, du scheiße. Hätt ich bloß nicht... Werd ich bloß nicht aus dem Menü bekommen. Was? Boom. Cool. Das war gut. Wow. Au. Heftig. Wie spät der Schaden gerade kam. So. Ja, das Spiel hat nämlich gerade Probleme, ne? Aber tierisch. Ja, das war's mit dir. Das ist für mich der Tor. Gute Arbeit. Ein neues Pagene abgeschlossen. Cool. Gut, dann lass uns mal zur Mission hin, ma? Ja, lad dich erst mal nochmal auf mit seinen Munition. Ah ja, stimmt. Sonst sehen wir alt aus. Auf jeden Fall werden wir hier an dieser Stelle wieder gespawnt, wenn wir hier sterben sollten. Genau. Ach so, ich habe ja eigentlich wieder so einen Punkt, den ich ja verteilen kann. Habe ich ja ganz vergessen. Du scheitest doch. Nein, tue ich nicht. Ah, ich habe auch nur noch einen halben Bein, dann habe ich auch wieder ein neues Level erreicht. Zwei Punkte noch und dann ist mein Köder auf Maximum. Okay. Ich instruziere dich mal, ne? Ja, ja. So, la 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 la, Ego Level 236 bist du, okay. Du hast ein dunkelblaues Schild? Ja. Cool. Ist aber lila. Ach so, lila, ja gut, bei mir ist es so blau, bläulich so. Ja, das habe ich vorhin gekriegt, da wo wir doch dieses Dings gemacht hatten. Ach gut. Das hat nämlich ein paar Pünktchen mehr. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Von dem Arsch geschossen und weggesprungen, ey. Na, da benutze ich doch nochmal kurz meinen. Ach, mein Quad, weil das Ding das mit... Hä? Ja, spring. Oh, scheiße. Nicht gut. Mist. Rücksicht das. Da komme ich nicht hoch. Scheiße, verdammt. Du kommst nicht hoch. Ich habe gerade einen Fahrfehler gemacht. Nein. Jetzt habe ich erstmal bis zu diesem einen Punkt zurück schwimmen. Also, geh doch zu Freund. Ah, ja, stimmt. Wieder schneller, ne? Ja. Äh, hups, falsche Taste. So, Freunde, Rock. Geh zu Freund. Juh. So. Ach, hier bist du? Ja. Und ich bin Level ab. Arschloch. Das ist ein Generator. Wenn wir ihn ausschalten, werden diese Gefechtsdürme kein Problem mehr. Ich schalte mal aus, ne? Ja, schalte mal aus. Gute Arbeit. Die Gefechtsdürme sind kein Problem mehr darstellen. So. Das sind jede Menge Leute. Musstest du sie so wütend machen? Ja. Ohne das Fettdachspiel doch nicht. Alter. Ach, du musst schon im Haus drin. Ach, scheiße. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme. Ich bin da so ein bisschen, äh, tot gegangen. Oh, scheiße, warte. Ich bin gleich da. Naja. Ich bin gleich da. Köder wird eingesetzt. Scheiße. Scheiße, ich bin unzingelt. Überall Geschichtstürme auf jeder Seite. Er traucht. Er kriegt man nicht. Scheiße. Alter, ich muss unbedingt in so eine Scheißgranate. Oh, oh. Ach, so ein Mist. Gott sei Dank, ausgeschaltet. So. Pyrolgranaten. Alter. Von irgendwo kriege ich noch Schaden ab. So, der ist weg. Hier ist, eh. Ach, da oben. Oh, ein Crashboomer. Feuergranaten ab, die beim Aufpall explodieren. Cool. Naja, nee. Weg ist er. Aber kann man den trotzdem nochmal mitnehmen? Alter, wir schießen ihn hier doch auf mich. Vielleicht kann ich das Ding auch mal zeigen, die Waffe. Nee, äh, kill mal die Gegner. Nee, der da? Ja, ja. Äh, ich kriege von irgendeinem Geschütz hier auf der Fresse gerade. Aber die macht überhaupt keinen Schaden hier, das Ding. Nicht so möglich, Alter. Vogelschroten, Schottkart. Alter, geil. Hier, Granaten so auf Asse. Egelding, General. Alter. Alter. Ist das ein geiles Gerät, Alter. So ist es schön. So liebe ich das. Alter. Das Vogelschrotteil. Was ist das für ein Ding, was du hast? Das ist Schottgarten. Die ist aber richtig derbe. Weg ist er. Oder? Oh, oben. Oben. Oben, auf dem Gelände sind sie noch, ey. Und hinter dir. Alter Scheiße. O, hier ist schön. Weg ist er. Fürogranaten Splittergranaten VBI SS2 Ranger Gibt hier noch Hast du noch so ein bisschen? Wir müssen nach oben, ne? Ja Alter Oh, wenn hier nicht ständig irgendwelche Sachen getroppt werden Ja, komm rüber Genosse Ihr kommt doch immer wieder Also ist die Krasche wieder tot So sagt er mir immer noch, dass ich da Daten laden soll Ja, sagt er mir auch ständig hier Komischerweise lustiger Dings Ja, dann lass uns mal nach oben laufen Mission abgeschlossen, jetzt Okay Alter, wo kommen die denn alle her? Von hinten Ich liege Ja, oh, ich komm Ich steh dich Achtung, da kommen sie Boah Leck mich am Arsch Bang, bang Feuer frei Bang, bang Feuer frei Ja, entschuldige, dass ich es liebe Oh So, der ist weg Alter, wie viele Schilde hier liegen Unglaublich Tachikon Eisenschutz Funke So, lass uns da hochlaufen Ja, ich warte ja nur auf dich Aber du bist ja da So voll mittendrin In deiner Deiner Dingster-Geschichte Oh, der ist auf die Schilde Oh Hui Go, go, go Scheiß aber auch Ich mach mal das Ding hier Ja, darum ist auch noch was Danke sehr Oh, ich hab's da oben hängen gleich Ich hab hochentwickelte Waffen in der Nähe Rückstoßmörser Feuert Granaten ab, die vom Ziel abkrallen Und kurz vor Nach dem ersten Aufwand Ach, das Ding ist so scheiße Ja Oh, hier ist Munitionskisse, komm Wo, 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 wo Hier weiter oben Das ist schon Ist wieder ein Funk Oh ey, so viele Schilde, wie momentan getroppt werden Geht gar nicht Ja, aber sie taugen ja alle nix Wenn sie schwächer sind als sein Rido Ja Warte, ich hab schon 3000 3355 Punkte in der Gesamtwertung Achtung, das ist ein Hinterhalt Der Traum ist jeden Soldat Okay, los Ihr müssen den Batsch nicht anzeigen Der denn hier Oh, 31.800 Schaden Oh Das war nix Alter Au Au Er hier wohl webe in Stücke reißt We dürfen Keine Feindkontakt Feind Echo Feindkontakt Feind Echo Was? Ich gehe im Deckel 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 Oh, hier sind auch nur zwei Ja Das ist der Hau Wundern Heftig. Ja, bin auch grad voll konzentriert. Zeugung, steugung. Ooooooh, werd mich da gar schon wieder mit Freideckung. Irgendwo über Entdeckung gehen. Scheiße. Alter, wer ist da schon wieder? Ach, wieder dieser... Entschuldigung, die falsche Wache dabei, ey. So ne Scheiße. Stirb, ja, aber stirb! Oh, der ist tot. Wo? Ja, da kommen noch mehr, also bleib Standhaft. Ja, da kommen noch mehr, also bleib Standhaft. Ah, ich sehe, ich krieg so Wartenbesuch gehabt. Scheiße. Watt nach! Ich verballer hier Munitionen und immer gar nicht. Geil. Weg mit dir! Weg Sack! Wow, was war das? Und hinten? Snipes du gerade? Ja. Ich orte starke seismische Aktivitäten. Äh... Was? Alpha war vergesichtet. Äh... Äh... Ach, du Scheißen-Dreck! Hilfe! Äh... 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 Scheiße! Ach, du Scheiße! Hilfe, 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 Hilfe! Ich kann mich nicht abrollen! So ne Dreckes Kacke! Ja, ich hab Öl rausgeworfen. Boom! Oh, oh, 31.800 Schaden. Schieß, schieß, schieß drauf, schieß drauf! Hulker! Hu.. Das ist ein Hulker! Huh, Hilfe! Hilfe, das ist doch nicht... Alter! Ah, du Scheiße! Nein! Ich brauch nen Raketenweb oder so was! Wow! Wieso? Der ist doch noch nicht tot! So, jetzt aber! Au! Scheiße! Wieso denk ich denn schon wieder? Wo ist er denn? Alter! Schaffst du's? Ja, gut Jetzt aber Alter, ich liege Ich komm, ich komm, ich komm Schieße sie drauf Gott sei Dank! Heftig, Alter Das war grad, äh Ja Das war heftig Das war BangRang Das war so krass, das machen wir nicht nochmal Das war's 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 Das war's